Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Immer noch hier. Das hier noch fertig machen. Den Beiden. Oh, da müssen wir jetzt eigentlich... Ach, das ist da. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Ja, was ist das? Ich hab dagegen gehauen. Okay. Meins? Oh. Das waren, glaub ich, Finger. Viel Spaß. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Dank, mate. I read enter. Great. So, das war's jetzt. Wir kriegen ja keinen super Ausgang noch. Ja, okay, super. Dann begeben wir's mit dem Weg nach draußen, würd ich sagen. Si, si, si. Hier war vor Level 16 die Pistole ich aufgesammelt hab, na? Kann man erschrecken. Ah, hier war das. Hier, hier, 16. Kisch, wie war das mit dem Level? Äh, drei Viertel, äh, durch. Also bist du drei davor, oder wat? Ein Viertel, äh, in einem Viertel hab ich ein neues Level. Ja, zähl doch einfach die Striche da unten. Wie viele Striche fehlen dir noch? Zwei und halb. Ja gut, mir fehlen drei. Ja, ich bin falsch. Ich hab schon den, den, den ersten vom vierten Level halb. Ja. Ging's lang. Schnaiper halb, ne? Nein, einfach nicht all in gehen, sondern einfach mal ein bisschen taktisch sein. Ja eben, und wir gehen einfach all in. Warum denn? Weil das Kischis Klasse ist. Ja, aber warum gehst du mit all in? Naja, weil ich immer den Skill mache, um all in zu gehen. Hä, wo, wo seid ihr denn lang? Ich find Tick-Tack besser als Taktik. Danke, Kischi. Bitte. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Fisch jetzt irgendwo im Denkwo. Zum Glück, Falk, ja. Zum Glück, Falk, Kischi mir. Ja. Ich hab noch gelootet schnell. Kischi, geh mal hin. Okay, dann halt. F. Häh. Woll hin, ihr Wichser. Ich guckle die Scheiß aus, eurem scheiß Körpern raus. Häh. Das heißt, ich bin so lustig, bist du eine Idiose. Scheiß. Wichser. Oh, bis du tot bist. Probier jetzt. Ja, ich lauf gerne mal in die falsche Richtung. Häh. Dann lasst meine Ulti natürlich nach und ich stehe jetzt hier rum Hä, wo sollt ihr lang? Ja Ach so nach oben, stimmt Nein, nach unten Ich ziehe Akku Danke Diese Wichser Gibt keine Ahnung, wo die beiden sind, aber hier sind Gegner Eine Menge Hä Wieso wurde ich jetzt hier nicht zurückgeportet? Weil, wenn du ganz oft untereinander schickst, glaub ich so Das ist arschlochig Fuck Was, ich war schon weiter als hier? Hä, du bist einfach Ja Kirschi, hilf mir nicht, bitte nicht, ne ne Ähm, ja, ich hab mich nicht ganz hinterlegt Helf ich dem, hoch Ich hab keinerlei Munition mehr übrigens Sorry Ja, ich gleich auch wieder Was ist jetzt passiert? Ich hab grad so ein bisschen verlaufen Hast du lange E gedrückt? Ne, ich hab gar keine E gedrückt Das ist Ich hab keine Ahnung, wo die Langsinn sich gerne verbreitet hier Wenn ich ihn überlebe Nein, mach ich nicht Alter Alter Was ist denn hier los? Warum ist das auf einmal doppelt so hart wie vorher? Alter Fickt euch doch Ja, man auch wieder tot Ich auch Oh, zum Teufel, ich hab keine Munition mehr übrigens Und genau vor mir ist ein knallharter Psychopath Ich hab mir auch Und mir ein Räuber wird Ja, ich hab nicht mehr die Wirklichkeit Freddy, hilf mir Do things Genau Kirschi hört auch einfach ab, danke Was soll ich machen? Den knallerten Psychopathen töten? Hast du Ulti Kirschi? Ah ja, Ulti Die Scheiße aus dir raus! Danke Danke Ist Freddy in die richtige Richtung gerannt? Scheinbar, ne? Ich hab keine Ahnung in welche Richtung wir Ich lauf einfach Freddy hinterher Wie verwirrt Ich habe gar keine Munition mehr Ja, ich auch nicht Einen Schuss, ne keinen Schuss mehr Ich hab jetzt gar nichts mehr Acht Schuss noch mit der Schotty Ich hab gar nichts mehr Kennst du gar nichts? Danke Was? Achso du Äh, ich dachte du legst doch auf dem Boden Danke Wie schmeckt dir das? So Jetzt 54 Schuss wieder Jetzt mal zum Händler hier hin und hat es verkaufen Ja, genau Alles Alle Waffen verkaufen, alle Schicksalder auch Hilfe geht Du wirst es nicht Ja, vor allen Dingen die, die man selber hat Boah, wie man überall noch okay drücken muss Ich drück einfach zweimal Enter immer Ja, hab ich mir auch schon angewöhnt Hä? Achso, ne die war Oh Gott Weiß ich nicht was damit war Die brauche ich nicht, oder? Das ist ganz geil, die brauche ich erstmal noch im Inventar Braucht einer von euch ein 83er Schild? Nope Nee Denke nicht Okay Oh Munition, hallo Munition So, jetzt bin ich vollgeheilt Wollen wir da rausgehen? Gleich Obwohl, Munition muss ich auch noch, wenn die hat einen Wir haben noch 13 Minuten Also das war ein Dingens deutlich entspannter In, äh, Borderlands 2 Was? Äh, Sachen kaufen Dass du einfach ein bisschen reingeklickt hast Übrigens Kishi Ja Ähm Ach ne, du hast ja das, das Mikrofonstativ gar nicht, was ich hab Bei dem Mikrofonstativ wurde sich nämlich immer beschwert darüber, dass diese Feststellschraube so beschissen ist Und das stimmt auch insofern, wie man sie nicht so modifiziert wie ich Wie? Ich hab sie jetzt so modifiziert, dass ich mit der Feststellschraube Äh, nicht mehr in die Mutter festklemmen, sondern die Mutter selber festschraube Okay Also vorher hast du die immer nur eingeklemmt Und dadurch wurde es fester und jetzt schraube ich sozusagen damit fest Ah Und das ist Und das ist Das ist jetzt so krass Ja, aber mir ist total abgebrochen Dann hab ich ein bisschen rumgespielt, dann Dann war ich ein bisschen Profimäßig Und dann hat das geklappt Immer wieder Gärtner Ja Jep Oh Fester Dann unter Psychopathen, Alter Schläger Dieser Die kotze mich am meisten Ja Ja Hier schlagen wir alle auf die ein Außer Kirschi, der einste, die da drauf einschlagen sollte Kirschi hat auch drauf eingeschlagen Ja Ja, okay, dann hab ich nichts gesagt Gut Au Alter, diese scheiß Fässer auch überall Ich mach irgendwie ziemlich viel Knife-Schaden, hab ich das Gefühl Haben Arbeiter bei Dippen gefunden Ah, ein Räuber Hab ein Häuserdach gefunden Was? 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 Es ist tot? Oh, SMG Au So, dann haben wir hier noch die Weißen von Maud töten, Maud Maud töten, Maud Maud Wir Sind ich für Wir sind 15 oder so, ist hart, aber Macht gerade Er schießt da Der Ficker da oben Dieser Bigster Den ich gerade angezündet hab Ich hab Racks gefunden, ich weiß nicht, ob die Akku auf mich haben Ich hab den Brennse Werden sie dir als Feinde angezeigt? Nö, ich glaube nicht Dann hast du auch keine Akku Ähm Jetzt haben wir Akku Gut gemacht, Kishi Was hab ich denn gemacht? Die hassen dich Auf sie geschossen Ich hab nicht auf sie geschossen Aber die hassen dich einfach immer Es ist immer wirklich so Ich, ich geh nicht vorbei, nichts passiert Ich geh nicht vorbei Oder Kishi Dann greifen sie einfach mich an Die mögen dann dich nicht Nein, die mögen nicht Was ist das da? Knallharter Säures Gag Oh, yeah Oh, yeah Alphas Gag, der hätte ich da auch nochmal Ja, aber der ist nicht so schlimm Ich find die Knallharter Säures Gag leichter Weil der mehr Gesundheit gezogen wird Ist auch so Ich hör, ich halte gar nichts mehr aus Ja 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 Naja Ja 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 Es ist noch heiß hier. Ich schließe wegen des Knallte Feuer ist warm. Ich bin vielleicht tot. Was machst du denn da? Hab mal Alpha-Skick an der Backe. Oh, coole Sache. Aua. Pissen euch nicht immer ein Wichsviecher? Okay. Das Gefühl ich brauch mal meinen Ulti. Die scheiße ist euch raus. Du benutzt die viel zu selten, die Ulti. Warum sagen wir eigentlich Ulti? Nur weil ich das noch einmal erwähnt hab? Weil er das die ganze Zeit sagt. Ich hab nie Ulti gesagt. Ich bin sofort drauf eingestiegen. Ulti ist übrigens auf League of Legends, Kishi. Ich weiß. Du bist jetzt League of Legends Spieler. GG easy. Ich schieße mir damit in den Kopf. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Zu Moe und Moe gefunden. Ich hab Moe gefunden. Ich hab Moe gefunden. Ich hab Moe gefunden. Ich hab noch die Viecher. Ich sollte mal weglaufen. Hier ist die Ulti mal rein. Ja. Ich will aber reagiert nicht. Ich kann die Ulti gerade nicht einsetzen. Wahrscheinlich weil grad Empty ist. F-f-f-f. Marley ist da auch schon. Oh nein du hast den Pull. Bob Marley. 3 E. Ja ich hab ein Ulti. Ich geh mal zu Moe. Ich hab Marley an der Backe. Moe verpiss dich. Keiner macht nicht. Ich geh zurück in deine scheiß Bar. Ich hab Marley an der Backe. Ich weiß noch nicht wie und wo. Wenn er seinen Mund aufmacht hat. Er hat mich gewonnen hätte. Kannst du mir ein kleines Gag Welpen hier lassen? Lass mir das ein. Was? Oh bitte. Dafür bin ich jetzt aufs Moe geflogen. Du hast ja alles was du willst. Ich bin erst mal weg. Ah hier ist ein ausgewachsener Skag. Ich hab nämlich Marley an der Backe. Ich weiß ich hab ihn grad ein bisschen angegriffen. Ah hi Moe. Geh mal weg. Ich würd dir ja helfen. Geh mal weg. Ja ich hätte ja eigentlich noch das Mad-Kit hier aufheben wollen. Aber Moe war im Weg. Finde ich. Moe ist immer nur im Weg. Das ist Syslag hier. Ich hab gleich keine Munition mehr. Was machen eigentlich Moe Syslag und Bob Marley hier? Okay. Abgehen. Irgendwas. Irgendwas. Ich hab grad neun Schilds und acht Leben gehabt. Oh. Ich hab grad das Achievement bekommen, dass ich ein paar Gegner mit Bloodwinger schütte. Okay. Wo seid ihr denn hin? Hä? Wir pullen gerade Mosick. Ja. Ich bin hier bei Marley. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott. Wir haben auf mit Bob Marley Gras zu rauchen und helfen uns hier bei Moe Syslag zu bauen. Das wird nicht lustig. Doch irgendwie schon. Nein. Vor allem der macht Elektroschaden. Ich hab dem bisher fast nichts gezogen. Ähm. Hat der mich angezündet, der Wichser? Ja. Anscheinend hat er mich angezündet gehabt. Oh ja. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab... Beziehungsweise du hast es auch geschafft. Schieß mal auf keinen von beiden, weil die bekämpfen sich grad gegenseitig. Okay. Moe kannst du anschießen. Aber die Schläger und der Psychopath die greifen gerade Moe an. Hab ich gesehen gehabt. Ich bring euch noch einen. Bitte nicht. Ich hab keine Munition mehr. Dead. Ich hab übrigens nie im Leben genug Munition, um einen von den beiden zu killen. Ja. Deine Munition ist Shotgun und Pistole auch alle. Ich hab's nur durch die SMG. Ich hab keine einzige. Ich hab für nichts mehr Munition, aber Moe ist fast tot. Aber Moe greift gerade irgendwie der anderen an. Ja, Marley. Oh, okay. Jetzt nicht mehr. Nein, die greifen sich nicht an, glaub ich. Ich glaub Skaggs haben so einen... Vielleicht einen Tenner. Ja. Ich kann grad nur rein... rein... ragen. Ja. Ach fuck, jetzt geh auf meine Ulti. Kishi, hast du deine Ulti mal wieder auffällig? Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Ja. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Kishi. Ja. Ich bin gerade in der Ulti. Ich kann mich überhaupt heilen. Ja, ich kann mich heilen. Und schnell weg. Geh weg. Bin weg. Ich bin aus dem Ohr geflogen. Ich kann dir in der Ulti nicht helfen. Ja, ist doch ein bisschen... schwer. Doch, kannst du. Nein, kann ich nicht. Geht nicht. Ja, doch. Ich bin jetzt aber hinter dir. Und heil dich. Ich hoffe, sie zu schießen. Ja, ich hab auch. Ich hab auch. Ich hab auch noch weg. Einen Schaden noch. Weg, 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 weg. Hätte der mich nur einmal getroffen, wäre ich tot. Boah. Gibt's hier unten Munition? Äh. Irgendwo liegt sicher was drum. Kann mir jemand helfen? Ist grad doof. Du hast Male. Ne, Mo. Ich hab Mo. Ich bin genau hinter dir. Aufs Maus. Bin auch tot. Und ich hab auch keine Munition mehr. Also wir chillen hier noch. Wenn die jetzt wieder im Settel sind, da wär die zu sauer. Freddy, 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 Hilfe. Die sind weg. Und ich bin respawned. Jetzt sind nur die normalen Ficker hier. Lass uns erstmal die killen. Die gehen wir grad grad hard auf AR. Ja, mehr. Ja, mehr. Und ich hab auch was vor. Ja, mehr. Ja, mehr. Ja, mehr. Ja, mehr. Ja, mehr. Das hilft aber ohne Munition auch nicht, Freddy. Ich hab immer noch keinerlei Munition. Töte die andere erstmal. Machen wir doch gerade. Man kann übrigens die Projektile töten von Male auf jeden Fall. Ich weiß. Hab ich nicht nur ne Knarre oder so? Okay, Mo hat grad nen kleinen Psychpartrick-Teld vor meinen Augen. Und der hat ziemlich... Ich hab ihn getötet. Male ist tot. Liegt da irgendwo Munition rum? Mo ist tot. Ja, ein bisschen was. Aber trotzdem geil. Ich bräuchte nämlich langsam welche. Mo ist tot, ja nicht Male ist tot. Kein Problem. Ich wollte grad sagen, Male ist... Ich hab nen gein... Ich hab nen gein... Ich hab nen gein Feuerschild. Okay. Äh, Male ist wieder full HP. Ja. Ja, egal. Ich hab keine Munition. Was machst du eigentlich mit der Munition? Aber ich hab immer... Okay, ich hab jetzt auch keine mehr. Aber ich hab auch grad 10.000 Magazine in die reingeschossen. Ja, ich hab schon 10.000 Magazine in Mow... äh, Male reingeschossen. Und... Du siehst... So, so ungefähr weiter runter. Ich bin... Was ist hier im Mund? Ja, ich hab wirklich echt auch geändert. Pass auf, ne Ulf ist halt irgendwann. Der killt mich aber so schnell, ich kann nicht mal mit meiner Ulti weglaufen. Echt? So, jetzt kann ich Ulti gehen. So, ich hab noch kein Munition mehr. Ali... Wecke! Was ist denn kaputt? Alter! Der Frust schlief weg hier, ey. Ich bin einfach so schnell down bei denen. Ready? Ja? Ich wär super lieb von dir. Naaah! Hättest du mal jemanden geben, was nicht? Also, ich werd jetzt erstmal nichts mehr machen, bis ich Munition hab. Äh, der Part dürfte übrigens gleich auch zu Ende sein. Eine Minute 35 noch. Mali, dieser Fixer. Ja. Äh, ich hab gar keine Munition mehr am Punkt jetzt. Jetzt weißt du dich, wie ich mich fühle. Nee. Alter, der nächste Munitionsautomat ist auch außerhalb von diesem Gebiet, ne? Am Anfang ist der... Ja, genau. Voll weit weg. Ja. Ja. Ich hab keine allein Munition. Ich hab noch sechs, äh, fünf Schuss mit meiner Schuppgang. Ah, und hier liegen noch ein paar. Hat einer von euch ne Pistole für mich? Mh, ja. Ich hab meine, äh, Klipper noch, aber die macht keinen Schaden. Die hat acht Schaden. Äh, Kishi, 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 Kishi. Du hast doch keine Schrotflint-Munition mehr, ne? Ich hab jetzt wieder Schrotflint-Munition. Viel? Bisschen. Weil ich hab volle Schrotflint-Munition. Du hast bestimmt volle, äh, SMG-Munition oder so. Ich kann meine, äh, Schrot schon herwerfen. Ja, gut. Willst du auch ne Waffe von mir? Ja, wär nicht schlecht irgendwas. Ähm, dann nimm die hier. Gucken. Ich darf eine Munition hab? Ich müsste für deine Waffe eigentlich volle Munition nehmen. Ich hätte doch irgendeine Maschinengern. Ja, richtig viel Munition für die Shotgun. Ach, ich hab jetzt schon eine, äh, viel mehr Waffe. Äh, ich hab fünfzig Schuss. Das Maschinengewehr. Rett. Ich hab ja auch grad so oft ins Maul gecrittet mit der Scheißwaffe. Ich auch. Und der One-Hitte mit mich fast. So, Pisser. Der Wixer. Ist gar nicht so für Chimp wie der Bock, Marley. Voll gemein. Hat der mal noch Banat? Bisschen Weed eben. Ja, ich hab keine, ne, doch. Hat der Fisch hier Ulti? Und ich bliege auf den Maul. Ach, wo kommt die denn auch immer her? Ja. Bin auch tot. Ja. Ja. Gar keine Munition, ne? Ich weiß schon, warum ich immer so gerne mit... Ich hab noch den. All in. Ja, ich bin grad am All in. Ja, und der Paird ist jetzt auch zu Ende. Verrenke! Ja, aber wir machen den Kappel jetzt noch zu Ende. Ja, wir machen den Kappel jetzt noch zu Ende. Bin tot? Oh mein Gott, ich bin tot. Ich auch. Ich schlag ein bisschen auf ihn ein. Oh. Um recht zu laufen. Komm her. Ich krieg mir echt gar nichts. Ich bin tot. Ich hab doch hier mal eine Shotgun über. Versteh' vielleicht? Keine Ahnung. Ne, ich hab auch ne Deine. Vielleicht könnte ich noch eine rumliegen haben in meinem Inventar. Ich bin schon wieder bei ihm. Glaub ich. Ne, hat er. Ähm. Halbes Leben. Gut, das ist normal. Keine Granate mehr. Ich hab gar keine Munition mehr gerade. Ich hatte eben auch keine Munition mehr. Äh, Shotgun über Walters. Ich glaub ich hab noch eine. Ja, ich hab noch eine. Ist die gut? Oh, die ist erst auf Level 16. Hast du Level 16? Nope. Ich hab 14. 14. Scheiße. Ich hab noch Level 15 gehabt. Guck mal wie ich hier noch irgendwas finde. Hier vielleicht. Ne, ist auch noch Munition. Keine Munition mehr? Ulti? Hat da jemanden dabei? Oh, ich hab noch 200 Schuss Pistolen. Oh, Alter. Alter. Dieser Angriff killt mich fast. Ich komm's erstmal weg. Mich eigentlich auch. Äh, wir sollten ihn nicht in dieses Gebiet locken. Weil hier sind noch ein Gegner. Bin tot. Oh, die macht einen Schaden bei ihm. Aber die macht 10 Feuer. Ich schlag einfach nebenbei auf ihn. Freddy, hast du Lust einen von uns zu healen? Nein, eigentlich nicht. Danke. Ja, was soll ich da machen? Der tötet mich, wenn ich da rangehe. Ja. Warte mal, ich mach ihn ein. Guck mal, weil der Feuerwaffe mach ich auch so viel Schaden. Wenn der Feuer schaden. Ja. 10 Schuss für das Maschinengewehr. Wow. Hammermäßig. Unglaublich viel. 72 Schuss für mein MG. Ja, hier unten liegt noch ganz viel Munition für das Maschinengewehr. Äh, Kishi. Oh, geil. Oh, ja, oh. Also eigentlich nur einen, aber... Au. Er schießt doch. Ich bin ignorieren. Oh, diese Pischer. Wo ist denn der Pisser? Irgendwo. Oh, ist so gut hier tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war das jetzt auch mit dem Part. Ja. Wir hören jetzt auch erstmal auf zu spielen, weil das war ein bisschen zu viel für meine Nerven. Ich scale auch schnell den letzten Punkt hier rein. Nice der SMG, ab Level 15 gekriegt. Ich scale auch mal rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Jo. Haut rein und ciao. Haut rein, tschüss. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mach ich selber.